Prinz Harry und seine Frau Meghan sind laut einem Sprecher der Familie in eine fast katastrophale Verfolgungsjagd verwickelt worden. Der Vorfall ereignete sich, als das Fahrzeug von Harry und Meghan nach einer Preisverleihung in New York von Paparazzi gejagt wurde, wie britische Medien berichten. Diese unerbittliche Verfolgung, die über zwei Stunden dauerte, führte zu mehreren beinahe Zusammenstößen mit anderen Fahrern auf der Straße, Fußgängern und zwei Beamten des NYPD, fügte der Sprecher hinzu. NYPD ist die Abkürzung für die New Yorker Polizei. New Yorks Bürgermeister Eric Adams verurteilte den Vorfall als rücksichtslos und unverantwortlich. Auch wenn Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens auf ein gewisses Interesse seitens der Öffentlichkeit treffen, sollte dies niemals auf Kosten der Sicherheit von irgendjemandem gehen, sagte der Sprecher Prinz Harrys und seiner Frau weiter. Die Verbreitung dieser Bilder fördert angesichts der Art und Weise, wie sie erlangt wurden, eine äußerst aufdringliche Praxis, die für alle Beteiligten gefährlich ist. Chris Sanchez, ein Mitglied des Sicherheitsteams von Harry und Meghan, bestätigte dem US-Nachrichtensender CNN am Mittwoch, dass die öffentliche Sicherheit an mehreren Stellen in Gefahr war. Es hätte auch tödlich enden können, so Sanchez. Die Paparazzi seien über Bordsteine gefahren und hätten rote Ampeln ignoriert. An einem Punkt blockierten sie die Limousine, der Prominenten, und begannen so lange zu fotografieren, bis wir entkommen konnten, sagte er. Am Ziel angekommen seien Harry und Meghan verängstigt und erschöpft gewesen, aber auch erleichtert, wieder zurück zu sein. Wie die BBC später meldete, erklärte die New Yorker Polizei in einer Mitteilung, zahlreiche Fotografen hätten es erschwert, die privaten Sicherheitsleute von Harry und Meghan beim Schutz des Konvois zu unterstützen. Allerdings seien die beiden angekommen und es seien keine Zusammenstöße, Vorladungen, Verletzungen oder Verhaftungen im Zusammenhang mit der Autofahrt gemeldet worden.